Schnuller, Nuckel, Lulu, Bubu, Baba, Sauger, Schnulli, Schlotze, Zutzi. Das Ding hat jede Menge Namen, aber durch seine Macht wirst du die Wahrheit erfahren. Komm schon, schneller! Oh, shit. Ah, me! Ah! 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 Wo sind wir? Willkommen bei Babycorp. Ah! 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 Ganz ruhig. Sie können uns weder sehen noch hören. Dann sind wir virtuell oder sowas? Dann spüren sie also nicht das! Nope. Oder das! Nada! Karate! Mach dich nicht zum Affen-Tempel, ich kann dich noch sehen. Also hier kommen die Babys her? Was dachtest du denn? Vom Klapperstorch? Von Zauberelf? Nein! Meine Eltern haben mir erzählt, dass... Was? Boah! Nein! Das ist ja widerlich! Ja! Klang für mich auch irgendwie falsch. Ich glaub's nicht, dass meine Eltern mir nichts davon erzählt haben. Wenn die Menschen wüssten, wo die Babys wirklich herkommen, würden sie keine haben wollen. Dasselbe gilt übrigens auch für Hot Dogs. Das geht auch nicht! Boah! Warum erinnere ich mich nicht an diesen Ort? Oh, das hast du mal. Aber wenn man normalen Babys den Schnuller wegnimmt, vergessen sie alles über Babykorb. Wie kommt's, dass du nicht normal bist? Na ja, ein paar von uns, die Besten der Besten, werden auserwählt für... Juhu! Für die ultimative Ehre. Das obere Management. Hier, Templeton. Hier geht richtig der Punk ab. Nickerchen-Zeit. In Sektor G. Den ganzen Laden hier schmeißen Babys? Jupp! Mein Dad sagt, wer etwas kann, der tut was. Und wer nichts kann, wird Chef. Mein Vater ist ein Hippie. Was passiert, wenn ihr groß werdet? Werden wir nicht. Wir trinken eine super geheime Babymilch, durch die wir für immer Babys bleiben. Du rückst an die Arbeit! Die Flaschenpause ist vorbei! Wir stecken in einer Krise! Wisst ihr nicht, dass wir in einer Krise stecken? Jassen, das... Das ist mein Boss, Big Boss Baby. Und wieso brüllt die so rum? Tja, siehst du dieses Diagramm? Wow, sieht aus wie eine riesige Torte. Es stellt die gesamte Liebe dar, die es auf der Welt gibt. Ich liebe Torte. Wer nicht? Apfel! Nein, Kirsch! Perfekt! Ohne Buttercreme. Butter gehört aufs Brot. Jedenfalls, das Welpenstück wird größer und größer. Sie stehlen uns die ganze Liebe. Oh! Also genauso wie du und mir. So ist es. Oh! Und wenn das so weitergeht, tja, dann ist irgendwann nicht mehr genug Torte für die Babys da. Keine Torte mehr? Keine Torte mehr. Beste mehr. Torte mehr. Torte mehr. Torte mehr. Zell, 50% Räderer.